Der Lightsaber wurde speziell dafür entwickelt, um Light-Painting-Fotografien mit Hilfe von Langzeitbelichtung zu erstellen. Mit seiner hochwertigen LED-Technologie können in jeder Umgebung einwandfreie Lichteffekte für Fotografien erzeugt werden. In unserer speziell entwickelten App können Sie die LEDs des Lightsabers präzise steuern und atemberaubende Lichteffekte und Animationen erstellen. Mit einer Reihe von Effekten und über 16 Millionen Farben sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hallo, mein Name ist Marlene, ich bin für das Corporate Design zuständig und unter anderem auch für den Videoschnitt. Hallo, mein Name ist Divya und ich bin für die Erstellung des Prototyps und für die Programmierung der App zuständig. Hallo, ich bin Verena und ich bin Lightsaber gebaut und im Raspberry Pi konfiguriert.